Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Karos Fummelei. Heute zeige ich euch, wie ihr zwei feste Maschen unsichtbar zusammen häkeln könnt. Das geht ganz einfach und sieht viel besser aus, wenn ihr zum Beispiel Amigurumi häkelt. Ich häkel hier gerade so einen kleinen Fisch. Da kommt auch bald eine Anleitung dazu. Und da habe ich schon Abnahmen gehäkelt und man sieht die kaum. Ich zeige euch das hier mal ganz nah. Man kann kaum erkennen, wo da die Abnahmen sind. Die sehen fast genauso aus wie feste Maschen. Deshalb kann man das kaum erkennen. Und das ist einfach ein bisschen schöner als die klassische Variante. Das hier, das letzte, was ich gerade gehäkelt habe, ist auch eine unsichtbare Abnahme. Wie ihr seht, sieht das wirklich täuschend echt gleich aus, wie bei den normalen festen Maschen. Also, wir häkeln jetzt hier in der Runde. Ist aber eigentlich ganz egal. Ihr könnt das genauso gut in Reihen auch benutzen. Wie gesagt, für Amigurumi und alles, was man so in Runden häkelt, ist das besonders toll, weil das dann halt keine Löcher gibt und man dann gar nicht mehr erkennt, wo eigentlich die Abnahmen waren. Wir stechen mit der Häkelnadel nur in den vorderen Teil der nächsten Masche ein. Also, wir häkeln nur in den vorderen Teil der nächsten Masche, machen damit erstmal gar nichts, führen die Häkelnadel wieder nach vorne und machen das gleiche bei der nächsten Masche. Da sammeln wir uns auch den vorderen Teil der Masche auf. Jetzt haben wir diese zwei Schlaufen hier drauf. Das ist die erste Masche, das ist die zweite Masche. Die wollen wir jetzt beide zusammen häkeln. Und da machen wir jetzt einfach wie eine ganz normale feste Masche. Also, wir holen uns den Faden da durch, durch diese beiden Schlaufen und häkeln die nochmal ab. Dann haben wir zwei zusammen gehäkelt. Ich zeige es nochmal. Nur in den vorderen Teil der nächsten Masche einstechen, damit noch nichts weiter machen. Dann in den vorderen Teil der nächsten Masche auch einstechen. Den Faden durch diese beiden Schlaufen durchholen und dann nochmal den Faden holen und fertig. So geht das. Das sieht, wie gesagt, super aus. Da entstehen keine Löcher. Ihr könnt dafür alles Mögliche benutzen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und hinterlasst mir doch gern einen Kommentar, wie euch die Technik gefällt, wie ihr normalerweise Abnahmen häkelt. Und dann bis zum nächsten Video. Bye, bye.